Hallo und herzlich willkommen zu Bloons Tower Defense. Ja, diese lustig angehauchte Melodie hat schon ein Spiel angekündigt, was sich tausendfach auf meinem Channel gewünscht wurde. Mein Spaß eigentlich war es nur eine Person, aber ja, ich meine, wieso sollte ich das nicht spielen? Ich spiele es ab und zu gerne und außerdem hatte ich sowieso jetzt Zeit wegen dem Switch-Ausfall, wegen der Capture Card. Ich weiß übrigens immer noch nicht, was damit los ist, aber das Kabel ist auf jeden Fall auf dem Weg und erstmal mache ich den Spin. Komm, erstmal mache ich hier den Spin. Tut mir jetzt leid, falls es irgendjemand langweilt, aber... Ja, gut, 10 ist in Ordnung. Ich hätte zwar lieber D50 gehabt, aber ist ja eigentlich auch egal. Wir machen auf jeden Fall mal hier direkt auf Battle Arenas und dann auf... Äh, 5. Fangen wir mal klein an, fangen wir mal klein an. So. Ich weiß übrigens auch gar nicht, wie ich das hier machen soll vom Schnitt her, weil dieses hier will ich nicht unbedingt immer zeigen, weil das ja eigentlich auch ziemlich langweilig ist. Äh, komm, mach mal den noch und den. So, als Bonus-Tower bekommen wir das. Ne, nochmal. Shit. Egal. Los geht's. Okay, perfekt. Ich finde diese Melodie übrigens sehr chillig. Okay, mach mal so. Und so. Äh, ich denke... Ja, doch, doch, auch direkt den nächsten. Und der hat eine Kobra. Zwei Kobras sogar. Wird ihm aber nicht viel bringen, denke ich. Weil, schaut euch das doch mal an. Der ist, der ist schlecht. Hoffe ich zumindest. Ich hab nämlich keine Lust zu verlieren. Äh, ja, aber ich krieg den relativ gut down. Denke ich. Weil, wenn man sich das mal so anschaut, es gehen selbst schon die roten Ballons durch. Ja, gut, fast. Er hat jetzt einen Boost verschwendet. Aber, ja. Fast werden die durchgehören. Und das ist sehr schlecht in der ersten Runde. Also, also in den ersten Runden, ne. War ja nicht direkt die erste Runde jetzt. Okay. Ich spamme einfach weiter die blauen Ballons. Ist mir egal, was er da drüben macht. Ich will auf jeden Fall mein Income hochkriegen. So. Das sieht man ja auch hier. Äh, mein Monkey kann das alles relativ gut verteidigen noch. Betonung liegt auf noch. Weil ich nicht weiß, was er genau vorhat. Auf jeden Fall hat er nicht so ein hohes Income. Kann er ja gar nicht haben, weil er ja noch keine Ballons gesendet hat. Also, irgendwie ist es ein bisschen fail gerade bei ihm. Aber, ja. Äh, er muss das, was ein... Äh, ist zur Hölle. Was labere ich? Das, was ein... GTF. Das Machen, worauf er Lust hat. Oh, Mann. So, jetzt ziehe ich übrigens auch mal einen Upgrade. Und zwar den Seeking Shuriken. So. Ähm, und Distraction direkt. Okay, sehr schön. Und jetzt sende ich ein paar gelbe. Naja, eigentlich bräuchte ich das hier nicht kommentieren, sondern eigentlich einfach nur zocken, weil man sieht ja, was ich mache. Ich sag halt die ganze Zeit nur, was ich hier gerade am Machen bin. Und er ist gerade irgendwie echt am Strugglen, habe ich so das Gefühl. Wenn man sich das mal bei ihm anschaut. Oh Gott, das sieht nicht gut aus. Ah, okay, okay, okay. Ist in Ordnung, ist in Ordnung. Das ist egal, dass da welche durchgehen. Erstmal. Äh, wir müssen einfach nur noch einen hier hinsetzen. Machen wir dann eigentlich einfach mal so. Oh, oh shit. Oh shit. Moment, 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 Moment. Äh. Okay, so. Äh. Okay, ich bin down. Das war scheiße von mir gemacht. Und ziemlich gut von ihm. Oh, das war peinlich. Das war peinlich. Aber so richtig. Was? Ups. Ja, als Maul, Junge. Komm her, dann zerstöre ich dich. Oh, war das peinlich. Das ist so ärgerlich. Aber wie gesagt. Wie gesagt, war richtig gut von ihm gemacht, finde ich. Äh, ich würde eigentlich gerne skippen. So. Ja, sehr schön. Ähm. Machen wir wieder genau dieselbe Aufstellung. Also nicht genau dieselbe Aufstellung, aber ja, ist, ist, ist in Ordnung, würde ich sagen. Äh, wo bin ich? Hier links wieder, ne? Äh, von wo kommen seine Ballons? Äh, mach mal hier hin. So. Äh, okay. Was? Ach, da oben. Ich dachte gerade schon, woher kommen die? Alter. So. Ähm. Ja, er versucht, einen Magier zu setzen und mich damit down zu kriegen. Ich denke, ich werde auf 500 Income dieses Mal gehen. Und dann werde ich schon ein paar, äh, Bomb Tower setzen. Vielleicht auch eine Spike Factory mal hinklatschen. Oh, Moment. Ich kann schon den hier machen. Der ist auf jeden Fall ziemlich schlecht. Denke ich. Weil, das war gerade einfach, äh, schlecht von mir gemacht. Aber eigentlich ist der leicht down zu kriegen, der Typ. So. Moment. Ich habe, okay. Noch keine 500. 100. So. Äh, und weiter geht's. Oh, Moment. Jetzt der Grün. Junge, ne? Wer nervt, ne? So. Ach, warte mal. Schwarze bringen gar nichts bei ihm, ne? Oh, Moment mal. Moment mal. Eigentlich schon. Ein bisschen. Ah, haha, du Lappen. Du Lappen. Okay. Mal schauen. Äh, mach mal die gelben. Äh, okay. Gleich habe ich 500. Okay, sehr schön. Jetzt setzt mal hier die Bombentower. Und auf jeden Fall so ein. Äh, ja. Sieht gut aus. Ähm, ich denke hier hin, oder? So. Dass der vielleicht auch noch nach da drüben schießen kann. So. So. Sehr schön. Äh, Frag Bombs. Auf jeden Fall. Äh, Cluster Bombs wären auch gut. Missile Launcher machen wir auf jeden Fall erst mal. Und klatschen dann hier hier noch eine hin. so. Ähm, ähm, so, sehr schön. Und am besten noch einen. Ja, perfekt. Jetzt für ihn hier. Diese Upgrades. Für ihn dann noch den. Moment mal, was macht das? Ich kenne mich mit den, äh, mit den Stufen nicht so gut aus. Aber ich denke, ich mache mal die Bombe hier, oder? Moment mal, was haben wir denn noch? Äh, ah, okay, okay, okay. Der versucht mich zu rushen. Dann mache ich das auch mal bei, oh mein Gott. Was für ein Drecksack. Okay, das ist gemein. Das ist richtig, das ist richtig Aids von ihm. Alter, dieser Drecksack, ne? Er ist ein guter Spieler, aber er ist ein richtiges Arschloch. Muss man einfach mal so sagen. Tut mir leid. Also, wir machen noch ein Spiel, aber gegen, äh, gegen jemand anderen. Ich habe nämlich keine Lust, mich hier weiter demütigen zu lassen. Also, für ihn noch viel Spaß. Mir geht's auf den Sack. So. Ähm. Ich hätte auch diese Spikes benutzen können, ne? Fällt mir gerade auf. Spike Factory hätte ich, äh, effektiver nutzen müssen. Ah, ich bin ein bisschen müde. Merkt man. Ja, soll jetzt nicht irgendwie als Ausrede dienen, sondern es war einfach dumm. Es war auch einfach dumm. So. Let's go. Aber der Typ als Spieler war ein richtiger, ne? Will's jetzt nicht sagen, was ich hier gerade denke. Weil, ja, ne, will ich einfach nicht, ne? Mag ich nicht. so. So. Okay, der fährt die Bananenfarm-Taktik. So, nicht zu 100%, aber schon ein bisschen. Hi. Der will mich ablenken, ne? Ne, das schaffst du nicht, Junge. Das schaffst du nicht. Ich mach jetzt weiter. Und zwar. Hahaha. Ja, Pech gehabt. So. Jetzt mach ich weiter mit dem Laun. So wie eben auch. Du hast ja schon Leben verloren. Okay. So, ich stell dann hier mal. Oder? Moment. Äh. Hier. So. Und, ne, noch nicht. Noch nicht. Und hier. So. Äh. Dann geh ich auf die Bombe. Weil, sowas wie eben darf mir halt nicht passieren. Das ist einfach lame. Das geht nicht. So. Ich hab auch den Heli, ne? Ich habe auch den Heli, mein Freund. Ähm. Aber wann ich den setzen werde, weiß ich noch nicht. Ich werde versuchen, ihn zu... Junge. Lass mich verarschen. Kann man das irgendwie ausstellen? Diese An... Äh. diese Anzeige? Ist mir nämlich nicht bekannt. Ähm. Ja, es bleibt jetzt einfach im Video. Ist mir jetzt egal. Pech gehabt. Ich hab keine Lust, das immer rauszuschneiden. Es nervt. Also, was heißt rausschneiden? Muss ja eigentlich nur ausgeschwärzt werden, aber trotzdem. Es nervt einfach. Ähm. Leute. Hitze. Kann man das irgendwie ausstellen? Ich schau gleich mal nach und dann wird's in der nächsten Folge einfach nicht mal vorkommen. Fertig. Äh. Was wollte ich machen? Den, ne? Oder ich spare einfach auf einen auf einen Rush. Ich denke, ich spare auf einen Rush. Und wenn er versucht, mich zu rushen, dann kann ich ja immer noch rechtzeitig reagieren eigentlich. Okay, ich hoffe, er versucht jetzt nicht, mich zu rushen. Weil das wäre extrem Shit. Okay, noch ein bisschen bis 6000. Okay, mach mal jetzt direkt. Ah, Junge, du verkackst, du verkackst, verkack einfach. Äh, Down. Leel. Pech gehabt. Da wollte ich mich erstmal ablenken und, Moment. Okay, mach mal. Okay, dann halt kein Good Game. Ach. Naja, egal. Zwei loses und ein Win. Ja, ziemlich schlechter Schnitt heute, aber muss ich jetzt mal so hinnehmen. Dann würde ich mal sagen, bedanke ich mich fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr seid auch bei der nächsten Folge dabei. Und wenn es euch denn gefallen hat, könnt ihr ja gerne ein Like und ein Abo da lassen, falls ihr noch nicht getan habt. und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video wieder. Habe ich zwar schon gesagt, aber egal. Ciao Leute und bis dann. Bis dann. Bis dann. Ciao Leute